so wieder mal ein weiteres video was man braucht ich habe hier mal mit sägespänen beziehungsweise hatte ich jetzt keine sägespäne sondern nur hobelspäne habe ich einfach mal drauf gemacht und wollte dadurch einfach man hat ja so eine kinetische oder kinetische man hat halt diese wärmeenergie und gerade wenn man jetzt verkohlt dann muss man ja immer teilweise etwas dazu bringen damit das praktisch an damit man den vorgang aktiviert und da dachte ich eh jetzt ist ja schon die ganze die ganze grube ist glühend da müsste man das doch klein nutzen können weil ich gesehen hatte wie diese reisspelzen verkohlt wurden und da dachte ich eh da könnte man ja eigentlich mit sägemehl das versuchen abzulöschen genau und hier seht ihr wenn dort qualmt das jetzt noch minimal da habe ich dann praktisch meine technik war dann einfach dass ich dann einfach hier was drüber gemacht habe davon mit der schippe hier mit der schippe und habe das dann praktisch so ausgemacht auf jeden fall am anfang hatte ich das sägemehl ziemlich grob drauf gemacht äh ziemlich stark drauf gemacht da ist es tatsächlich unten drunter da war das alles weg da war das was immer ist das feuer regelrecht ausgegangen es war alles aus wo weil ich dann dachte ich jetzt habe ich mal ein Bild nachgeguckt begann ich so ein Bild drinnen rumzustochern und auf einmal ging es dann doch wieder ein Bild an ja und dann habe ich das immer wieder mal einfach so bewegt weil jetzt war ja nun oben überall die sägespäne drauf und dann komme ich dann auf die Idee ich mache dann einfach mal von unten die holzkohle hoch und mache die dorthin ja auf jeden fall wenn man das am anfang dünner drauf macht ich werde damit mal weiter experimentieren dann geht die verkohlung weiter macht man das zu stark drauf nimmt man zu viel sauerstoff mit einmal weg da kann das tatsächlich absterben auf jeden fall gerade bei den fetteren könnt die gieß bei den riesigen mit dem ablöschen mit dem wasser das wäre ich so in der Art nicht mehr machen das ist mir einfach viel zu aufwendig und man hat dann auch viel äh man verliert dann manchmal dann wartet man dann länger bis ein paar holzstücke sind die noch durch aber so wenn man das drauf wirft da geht ja die verkohlung weiter und da werfe ich da lieber ganz elegant sägespäne drauf relativ dünn und sobald ich merke dass jetzt beginnt das dort zu stark zu qualmen dann werfe ich einfach wieder neue drauf das ist weniger qualmt und ganz zum schluss dann dachte ich noch mehr holzspäne drauf zu machen und dann eventuell halt ein gras drauf zu legen und dann noch die frischen die frische die bereits produzierte holzkohle drauf zu machen die dann ein bisschen nass machen und dann wird es darunter dann gut absterben das feuer genau gerade wenn man richtig große kundiges macht da brauche ich kein wasser mehr zum löschen genau das ist da weil das war ja teilweise brauchst du wie so einen feuerwehrschlauch genau das einfach wieder mal so ein paar gedanken von svenny der so schön spinnt in der permakultur ständig mit neuen ideen auf jeden fall mehr ausbeuten und jetzt werde ich es wahrscheinlich nur noch belassen und dann werde ich hier einfach ein bisschen wasser drauf machen dass ich dann wirklich weil ich jetzt nicht weiter da bin noch ein paar bäume düngen und dann ja das ist dann einfach dann abfackelt das kann natürlich sein wenn man das jetzt nicht richtig ausmacht dann brennt es natürlich runter aber auf jeden fall bin ich voll zufrieden mit dem ergebnis genau das soweit ja 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 ja